Werde Liebesbote! Unter diesem Motto steht in diesem Jahr die bundesweite Diaspora-Aktion des Bonifatius-Werks der deutschen Katholiken. Ich freue mich, dass wir bei uns im Bistum Hildesheim diese Aktion eröffnen dürfen, denn auch wir kennen die Situation, in einer religiösen Minderheit zu leben. Nur knapp über zehn Prozent der Bevölkerung zwischen der Nordseeküste, Bremen und dem Harz sind katholisch. Die Hilfe für die Mitchristen in der Diaspora ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Deswegen lade ich Sie ein, werden auch Sie Liebesbote und unterstützen Sie das Bonifatius-Werk mit einer Spende am Diaspora-Sonntag am 21. November. Herzlichen Dank!